Hallo Leute, ich hab ganz neuer Papps von dem Purnier, ich könnte ausrasten. Ja, irgendwas Bazzacke. In fact, ja. Hm, sieht aus wie Bauch. Äh, das ist hier oben. Äh, das ist Kopf. Äh, das sind Füße. Ähm, das ist Bauch. Äh, das sind das Füße. Ähm, das ist Bauch. Äh, das ist Kopf. Ne, warte, Bauch. Kopf. Ähm, Kopf. Was ist das jetzt? Kopf. Äh, das wäre Bauchkopf. Füße. Das ist ganz unten. Äh, Füße. 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 oh ja jetzt muss ich noch dein letztes alter ego überzeugen um ehrlich zu sein fand ich dich von anfang an sympathisch problem ist nur ohne diese ganzen allüren und dieses fehlgeleitet Ich bin super lässig. Und du hast eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ah. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Gut. Mir fällt hier langsam die Decke auf den Kopf. Ich habe dich gewarnt. Meine Plasma-Flinte ist nicht dafür gedacht, ein Indoor-Tontaubenschießen zu veranstalten. Oh Gott! Ich habe Schwierigkeiten, Baby-Goal zu überzeugen. Echt jetzt? Dabei ist sie doch meine gutgläubige Facette. Du könntest ihr fast alles erzählen und sie würde es glauben. Lady-Goal hätte ich schon mal überzeugt. Sauber. Fehlt nur noch Baby-Goal und ich bin wieder komplett. Es ist irgendwie schräg, mit einem Drittel deiner Persönlichkeit über die zwei anderen Drittel zu reden. Warum? Wer sollte sich da besser auskennen? Auch wieder wahr. Ich schaff das schon. Beeil dich. Gulliver gehen langsam die Krüge aus. Warum wirfst du sie auch immer gegen die Wand, nachdem du sie geäxt hast? Weil es eben so ist. Leg damit. Das ist so geil. So, dann machen wir mal Baby-Goal. Also, warte, ich muss gleich nochmal mit Lady-Goal reden. Verdammt. Ich möchte mal mit Lady-Goal reden und ihr sagen, dass ich dich, dass ich die überraschte, dass ich die Krawall-Goal geschafft hab. Mal schauen, was sie dazu sagt. Hallo, Rufo. Kommst, ich will und. Ich weiß, aber findest du roten? Na und? Oh Himmel. Für eine Aute beeilen. Äh. Ich habe Spiegel. Es gibt ja. Ich glaube, ich verste... Äh, hier. Krawall-Goal hätte ich schon mal überzeugt. Das hat nicht zufällig etwas mit den Schmerzen in meinen Armen zu tun? Aha, dann habe ich dich also doch getroffen. Wie bitte? Ja, ich meine, nein. Zumindest habe ich keine ernsthaften Verletzungen. Das muss man wohl als Aufwärtstendenz anerkennen. Wir sind also nur noch Baby-Goal und wir können endlich von hier verschwinden. Okay, hm. Ich schaff das. Bedenkt. Okay, gut, Baby-Goal jetzt. Ah, gut. Die Baby-Goal ist ein bisschen anstrengend, bin ich mir sehr sicher. Oh, da war ich wohl wieder mal kurz. Hab ich was ver... Nicht wirklich. Wie schön. Der Alex steht da einfach so. Hi, oh. Willst du ein Hacker? Na, komm schon. Sing doch mit, Heidi. Mann, hast du ein Glück, dass... Das ist so leise hier. So, Baby-Goal, du wolltest. Oh, wie schön. Ähm. Hey, Baby. Meinst du mich? Hey, Puppe. Kommst du öfter her? Nein, ich bin zum ersten Mal hier. Aber das weißt du doch. Ja, schon. Und fragst du ihn dann? Ähm, Smalltalk. Du bist lustig. Du bist lustig. Nicht weiter wichtig. Ah, wie sch... Was kann ich tun? Wir müssen uns dem Widerstand... Wie Janosch. Wie Janosch. Aber ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst geschichten. Na, ich darf auch... Wie Janosch. Marufo. Und ich hab dich für die Janer. Bin ich ja am liebsten. Wie Janosch. Gott. Ähm. So, du da. Galef. Darf ich nochmal... Wirst du es nicht... Stimmt. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Als ich zuletzt nachgesehen hab, waren sie am unteren Ende des Arms. Mal sehen. Ha. Da sind sie ja. Ha ha. Netter Versuch, Kumpel. Äh, wieso? Was ist denn? Das sind keine offiziellen Turnierfinger. Sie könnten gezinkt sein. Komm wieder, wenn du dir offizielle Turnierfinger besorgt hast. Ich geh da mal mal. Ah, ich bin schon müde. Ähm. Not. Entschuldigung, Soosho. Ach, ich würd wirklich gerne bei euch mitmachen. Ha. Mach dich nicht lächerlich. Was könntest du uns schon anbieten? Was soll ich noch gleich tun, um meine genuge Verwegenheit zu beweisen? Die Katze von der Donner rasieren? Nein, nein, nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich. Wer ist Donner? Und dumm. Ha ha. Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Und dumm mein, ähm, mhm, Fall. Ich bin wohl bist du nicht. Ich bin wohl bist du. Ich werde schon fütt. Spielst du auch Lableu? Ha, ich fülle. Ich werde schon fütt. Ich komme. Kann ich denn irgendwie bedrohen, hier? Das zeige ich ihm lieber. Er gehört immerhin zu einer Verbrecherbande. Am Ende klaut er mir noch meine vollkommen ehrlich erworbene Diebesbeute. Hat der auch eine vollkommen ehrlich erworbene Diebesbeute? Ich zeige ich ihm eine Sache. Aha. Was zeige ich ihm am Ende? Darüber schiss ich. So, brauche. Was zeige ich ihm am Ende? Hä, das versteht sich immer egal. Diese Verbrecher suchen nach den Aufstiegscodes. Das können sie ja wohl voll vergessen. Gut, ähm, irgendwie muss ich jetzt irgendwie weiterkommen. Irgendwie. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Hm. Ah, ich habe eine Idee. Das schaut schon, dass jemand zu Rufus. Das ist von Dr. Gadget. Oder Gadget. Keine Ahnung. Und bei dem da unten ist es ja gut gelaufen. Moment mal. Was rede ich denn da? Hallo. Rufus ist wieder da. Verdammt. Irgendwie hören die mich gar nicht. Hm. Na super. Aber gebraucht. Ich lasse es. Und behalte. Okay. Gut. Ähm. Herr Doktor. Ähm. Ich bin fast fertig. Herr Doktor. Herr Doktor. Herr Doktor. Die Dok. Dok. Doktor. Hallo nochmal. Wie kommst du? Ähm. Die erste. Das ist schon mal ein erster Schritt. Aber noch ist es nicht geschafft. Ich weiß, dass ich gut bin. Du musst es mir nicht extra sagen. Pst. Ich wäre gut. Hm. Kann ich dir die Schublade öffnen? Aha. Jetzt. Damit mache ich das so alles richtig. Ja. Kann ich da. Ich werde irgendwie verlustig für dich da. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Gut. Super. Dann wollen wir mal gehen. Ähm. Ob da wohl sie. Spiel nicht an den. Wenn du nicht. Gut. Ich habe keine Ahnung. Wo ist eigentlich der Hund? Oh, da liegt er. Ähm. Gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung.